Freunde, wer das Video schon kennt von der Triumph, von dem Union Jack auflackiert auf den Tank. Da kann sich jetzt hier weiter informieren, dass diesmal hier meine AME Boldore 900 geht, also ein japanisches Motorrad. Da kommt natürlich die japanische Flagge drauf, in dem Fall die japanische Griechsflagge. Der Tank wird jetzt gefüllt mit Standoxfüller. Alles abgeklebt, habt ihr die Fotos vorher gesehen. Die Abkleverei macht immer die Meisterarbeit. Ob das jetzt alles richtig war, das sieht man zum Schluss. Der wird wie immer mit Föhrch gearbeitet und damit Postkaststiften, wird es dann noch zum Schluss verfeinert. Der soll jetzt nicht ihr schicke Mikke werden, da kommt zum Schluss ein matter Klarlack drauf. Also das muss jetzt nicht ultra sauber werden, weil nach der Lackierung werden die Kanten und so weiter alles noch mit 1200 oder 800er Schleifpapier noch ein bisschen geköpft und auch ein leichter Übergang versucht reinzumachen, dass nicht der komplette Tank lackiert ist, sondern dass ich das von dieser Seite so langsam dann ausnehbe darin. Und hier auf der linken Seite soll dann frei bleiben und da kommt dann natürlich ein AME Logo hin. Kein Street Machine Logo. Ich möchte gerne ein AME Logo machen, weil es eine AME ist. Das Street Machine, das findet sich woanders noch ein Plätzchen dafür. Das sehe ich jetzt nicht so eng. Gut, dann bleib gespannt. Das war ja mal die erste Lage. Dadurch, dass es diesmal grau vorlackiert ist, gegenüber bei der Triumph mit der weißen Vorlackierung, denke ich mal, ist das Rot ja etwas dunkler zum Schluss. Das hat jetzt hier natürlich noch überhaupt noch nicht gedeckt. Aber die für die erste Lage ist okay. Die 1K Lackierung sollte man nicht zu dick auftragen, so drückt ihr das nicht durch. Lieber zwei, drei Mal. Sieht soweit ganz gut aus. Ich habe das schon doch weit rumgezogen. Ich sage mal, was zu viel ist, kann man immer wegschleifen. Bei der Union Jack Lackierung hatte ich mich dann teilweise geärgert oder ärgert, dass ich teilweise nicht, dass der Lack noch weiter rumgezogen habe, um den schöner auslaufen zu lassen. Aber gut, die erste Lage ist durch. Kurz androcknen lassen, dann die zweite Lage drauf und dann mal gucken, wie es ausschaut. Das sieht jetzt schon mal soweit ganz gut aus. Es hat sehr gut gedeckt. Ich mache jetzt noch mal so ein paar kleine Ausbesserungen. Darunter euch so ein, zwei Sachen vergessen, die noch besser ausgenebelt werden sollten. Ansonsten sieht es soweit gut aus. Ich würde sagen, Mittagspause und dann Klebeband abziehen und dann gucken, ob das so im Wort ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich bin ganz gut auf noch. Ich habe jetzt hier mit Absicht, die roten Streifen sind etwas schmaler wie die Zwischenräume, weil hier in den Zwischenraum noch die Kante mit Postgarstift teilweise ein bisschen schwarz liniert werden soll. Ich hoffe mal, das sieht gut aus. Mittagspause ist vorbei. Ich versuche jetzt mal das Klebeband abzufummeln. Ich hoffe, das klappt gut, ohne dass hier einen größeren Schaden aufursachen. Das mache ich jetzt alles mal im Schnelldurchlauf und dann gucken wir mal, wie das Ergebnis aussieht. Das ganze Klebeband mal entfernt, auch ganz schön auf Fummelkram. Natürlich sind auch in der Mitte eine Mücke gelandet. Ist jetzt auch nicht so dramatisch. Wie gesagt, es soll eh alles ein bisschen ein Use-it-Look aussehen. Ich zeige euch das mal ein bisschen im Detail. Soweit bin ich sehr zufrieden, muss ich sagen. dass das Rote schmaler ist. Das war auf jeden Fall eine clevere Idee. Sonst wäre der Tank wahrscheinlich doch zu rot geworden. Ich finde es ganz cool. Wie gesagt, es wird von hier oben an runter geschliffen, dass das natürlich alles ein bisschen nicht so wuchtig ist. Das heißt, hier läuft das rot dann alles etwas aus. Ich habe es schon ziemlich großzügig aufgetragen. Ich hoffe, das funktioniert. Ich denke schon. Na gut, was ich sagen. Bleibt am Ball. Das Video endet jetzt erst mal. Das ist sozusagen ein erster Teil von der Lackierung. Am Montag mache ich dann weiter. Das wird dann zu lang. Also bleibt dabei. Abonniert unsere Kanäle. Facebook, Youtube, Instagram und so weiter. Also, was ich sagen. Man sieht sich beim zweiten Teil. Heute, Wochenende ist rum. Montag, Tschaka. Eigentlich nicht, aber naja. Nütze alles richtig. So, den Tank habe ich gerade mal geschliffen. Das war dann doch schwieriger, wie gedacht. Ich habe irgendwie nicht so die für mich hundertprozentigen Übergang hingekriegt, wie ich ihn gerne gehabt hätte. Ganz einfach, weil die, das 1K, der 1K Lack aus der Dose relativ dick aufgebracht werden musste. In mehreren Schichten. Damit er gut deckt. Und schleift sich natürlich total behindert ab. Also nicht schön. Mehr so sprockenweise vor allem die Farbteile ab. Ich zeige euch das nochmal im Detail gleich. Wie es jetzt aussieht. So bin ich erstmal so mittelmäßig zufrieden. Ihr wisst ja bei mir, mein Motto ist immer Versuch macht klug. Meine Idee war jetzt, weil die anderen Lackteile auch alle mit Mattschwarz noch die Kanten angenebelt sind. Jetzt hier nochmal leicht Mattschwarz drüber zu machen. Dass sich das vielleicht in den Kanten ein bisschen absetzt. Damit ich das dann nicht alles später mit den Stiften machen muss. Vielleicht auch gar nicht mit den Stiften. Versuche das jetzt einfach mal. Mach da mal Mattschwarz drüber leicht. Schleife das dann nochmal an. Und dann warten wir, was da rauskommt. Hier jetzt nochmal im Detail. Ihr seht, ich habe ja versucht den Übergang hier hinzuschleifen. Es ging mit Nassschleifpapier gar nicht. Ich habe es jetzt grobe Kelle mit 120er gemacht. Hier mittendrin auch nochmal versucht durchzuschleifen. Hier in der Ecke. Das ist schön geworden. So soll das eigentlich sein. Ich hoffe jetzt, dass sich das Mattschwarz hier bis in den Ecken reinsetzt. Wie gesagt, das ist jetzt noch nicht so hundertprozentig da wo ich hin will. Mal gucken. Versuchen, mach klug. So sieht es jetzt aus. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt ein Video insgesamt wird oder zwei. Das sehe ich zum Schluss. Wie lang das wird. Ihr seht euch das alles mal schwarz angenebelt. Ich hoffe, dass das dann in den Kanten ein bisschen drin bleibt. Beim Abschleifen ist immer schwierig Spraydosenlack abzuschleifen. Das ist immer unschwer, weil der nie hundertprozentig durchtrocknet. Dabei ist der Fürschen ziemlich gut, muss ich sagen. Also das Mattschwarz, das ist super. Ja, so sieht es jetzt erstmal aus. Jetzt schön trocknen lassen. Und nach Mittag nochmal schleifen. Das werde ich nur nass schleifen. Und dann nochmal eine kleine Aufnahme hier rein. Ich muss sagen, das sieht schon ganz cool aus mit dem leicht schwarz angenebelt. Können wir auch fassen lassen, wenn der Rest vom Motorrad schwarz wäre. Also noch mal einen kurzen Eindruck, bevor es gleich an schleifen geht. So sieht es aus. So Freunde, das Projekt Tanklackierung mit japanischer Gleesflocke ist soweit abgeschlossen. Jetzt fehlt bloß noch der Matte, Klarlack oder Seitenmatte. Das weiß ich noch nicht genau. Wie seht ihr den Tank gleich mal angebaut? In dem Projekt. Das ist das AME Projekt. Boldore 900. Ja, ein schöner Vierzylinder Shopper im 70er Jahre Stil. Ich zeige euch gleich nochmal die Details am Tank. Und naja, ich sag mal so, ich bin 89% zufrieden. So seht ihr das mal ein bisschen. Ja, das war eine sehr gute Idee mit dem Schwarzlackieren drüber. Allerdings habe ich dann vor lauter Vorfreude das fast alles wieder weggeschliffen. Das sah eigentlich ganz cool aus. Deswegen habe ich das jetzt im Nachhinein nochmal ein bisschen mit Postkastift gemacht. Ich habe den Postkastift aber auch wieder teilweise weggeschliffen mit so flexiblen 800er Schleifpapier. Ihr seht, ich habe das hier alles auslaufen lassen. Hier soll dann noch der AME Schriftzug hin, der originale. Nur auf die linke Seite. Ja, so sieht das jetzt aus momentan. Wie gesagt, ich bin nicht hundertprozentig zufrieden. Aber ich sage mal, das ist schon so die Richtung, wo es hingehen sollte. Das weiß man vorher nie, wo man da landet. Beim Schleifen kann es halt schnell passieren, dass man dann doch mehr weggeschliff wie man wollte. Naja, das ist halt so. Das ist halt die künstlerische Freiheit, die man da hat. Gut, dann war es das erste Mal mit dem Video. Und ihr seht das Projekt, wenn es dann fertig ist. Ihr könnt uns natürlich wie immer folgen. Auf YouTube, Facebook und so weiter. Ihr seht bei den Seitendeckern und so weiter habe ich hier das alles ein bisschen schwarz lackiert. Auch wieder weggeschliffen. Dass nur die Kanten ein bisschen schwarz sind. Hinten genauso an dem Kotflügeln. Dass es schon grau ist, aber nicht so langweilig grau. Jo, dann ist Roger. Dann werde ich sagen, man sieht und hört sich.